Hallo, mein Name ist Georg und ich arbeite in der Konstruktion bei Lasco. Ich möchte euch heute die Vorteile des neuen Greifer Kompaktdrehwerkes für den Lasco Heukran erklären und einen kurzen Einblick geben, wie das Drehwerk getestet wurde. Das Besondere am neuen Drehwerk ist die bis zu 1,8 fache höhere Drehkraft. Für die Kraftübertragung ist das Verhältnis von Ritzel zu Drehkranz verantwortlich. Weiters verfügt das Drehwerk über ein viel höherer Restaurationshaltemoment als ein üblicher Rotator. Der durchgehende Tragbolzen ist ein entscheidendes Sicherheitsmerkmal und ist zusätzlich doppelt gesichert. Ist die Zange geöffnet, kann dies in jeder Auslegerposition kollisionsfrei endlos durchdrehen. Durch den mechanischen Absperrbolzen kann ein Panel der Greifer Hochstellung unterbunden werden. Die Funktion wird dann nur über den doppelwirkenden Zylinder gesteuert. Um unseren Qualitätsanspruch und den unserer Kunden gerecht zu werden, wurde der jahrelange Einsatz des neuen Greifer Kompaktdrehwerkes in der Praxis simuliert. Getestet wurden unterschiedliche Belastungen in Kombination mit verschiedenen Funktionsabläufen. Der Versuchsaufbau ist viele Wochen in unseren Unternehmen gelaufen. Die daraus gewonnenen Daten wurden in das Produkt eingearbeitet. Somit erreichten wir die Serienreife. Bereits jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der Heuarbeit mit unserem neuen Greifer Kompaktdrehwerk für den Laszko Hökrein.